Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge London 2012. Ja, Olympische Spiele mit dem Freezy, dem Big Mac, dem Josh und dem einzigartigen Paui. Hallo, ich würde ganz gerne was andeuten, liebe Community und Zuschauer. Hier wurde gerade vor den Aufnahmen gesagt, Freezy, ich soll bitte den Paui gewinnen lassen. Wenn ich das nicht tue, wird er angeblich hier richtig viel Shitstorm ausbauen lassen. Es tut mir echt leid, wenn ich jetzt verliere, dann habe ich Angst vor Paui. Das ist auch richtig. Du warst ja immer letzter. Nee, ich war immer erster. Wie soll ich jetzt anders rumlaufen oder was? Ja, bitte. Da. Ey, wer ist der Deutsche, dem wir brauchen ab, ey. Da kommt der Angela, da kommt der Angela, da kommt der Angela, wie, 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 wie Flash. Nee, der von den BCs, der ist der schnelle. Ich habe es beim Startkonferenz komplett versorgt, mein Richter, weil ich total verkleinert habe. Ey, so eine Scheiße. Ich werde nicht letzter, ich hole mir Bronze. Was nehme ich mit nach Hause, du? Yes! Nein, bleib weg, bleib weg! Wer war das? Wer war das? Ich habe das Ding geholt. Ja, am Anfang hatte ich den blauen Balken mit Hass und dann ist mein kleines Ding so klein geworden. Der kleine Ding ist noch kleiner. Verdammt, Paui. Und, äh, Big Mac, du Doping-Typ. Ja, doch. Aber nochmal ganz kurz bei mir, äh, ja, entschuldigt, dass die letzten Tage keine Olympia-Folgen kamen. Äh, ihr konntet es natürlich alles bei den anderen schauen. Äh, das Problem war einfach, ich, meine Folgen, ich weiß nicht, wo sie hin sind. Sie waren nicht mehr da. Das war der Problem. Wie viele haben denn deine Zuschauer verpasst? Ich glaube, drei Folgen sind bei mir nicht gekommen. Oder zwei. Weiß mit Freezy, der veröffentlicht auch immer so nach Luxumlauern. Ja. Normalerweise Leute immer, weil ich auch öfter im Stream gefragt werde, Donnerstags, Sonntag 16 Uhr. Das ist auch so, weil ich veröffentlichte WC. Sonntags 16 Uhr. Ja, aber jeden dritten Sonntag... Ja, aber ich muss mich jetzt da anschließen, ich hatte das selbe Poli wie Tino, ich hatte auch keine Folgen mehr. Irgendwas ist komisch gewesen, ich habe keine Ahnung. Ja, aber auf meinen Folgen, die ich veröffentlicht habe, wart ihr mit dabei. Da waren wir da. Sehr gut, aber... Er hat uns doch wahrscheinlich nur reingeschnitten oder so. Ja, ich habe hier quasi aus den Folgen, äh, von den anderen Folgen da so, 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 so. Ja. Was ist denn hier der perfekte Winkel nochmal? Ich habe das schon immer noch vergessen. Ja, das war er auf jeden Fall nicht. Das war er definitiv. 35. Was ist hier? Ich hatte 35, war das, ne? Ja, 35 war das. Bam! Ich habe mir noch ganz kurz den ersten Platz hier. Ich glaube, für Gott, weg war das was. Du bist erst aus dem Urlaub gekommen, Junge, was ist los? Naja. Ich habe keinen drin gehabt, deswegen... Oh, die Kamera kommt dreimal? Ja, die Kamera kommt dreimal! Und wer ist der geilere Typ von uns? Bam! Jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, wer der geilere Typ von uns ist. Oh, das ist ja. Scheiße, Alter. Ey, was? Wann ist hier mit 20 Meter 71 Vierter? Weil ich so schnell... Ja, der Junge, Jamaika. Frizi, denkt dran, was ich vor dem... Ja, entschuldige. Ich glaube, ich kann den Knopf nicht mehr drücken. Jetzt geht es was werden. Was? So. Paul, ist das so okay für dich? Aber wieder 23. Paul, ist das so okay? Das ist okay. Das muss ich nicht ganz so untertreiben. Da fängt es doch auf, Mann. Aber jetzt... Oh, ich habe einen ganz kleinen Winkel. Stammt nochmal. Ah, der war schlecht. Sieg mal. Aber für euch nur schon rein. Rufhauts kommt vor dem Fall. Herr Mec-Manus. Oh, der war jetzt wirklich schlecht. Scheiße, habe ich ja den Winkel komplett verkeckert. Ja. Ja. Set mit extrem schlechten Winkel. 20 Meter Rüsi. 23.04. Jetzt los hier. Passt aber ein bisschen auf, ne? Ja, ja, ich bin es ja noch über mir. Ja, mach mal langsam. So, pass mal auf, jetzt rüttel ich um. Scheiße, wie der Eingrass ist. Scheiße. Komm, komm. Weltrekord. Zweimal Gold. Ihr BLEPS. Go, Martin, go, 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 Mac, Martin. Jetzt kommt doch noch seine Disziplin, hier, Turmschring der Damen. Da ist er ja besonders. Also, das Größte darfst du auswählen, komplett, okay? Ich habe extra Schnellfeuerpistole für dich noch mit reingemacht. Ja, dann ist ja, ja, wenigstens etwas. Kannst du sagen, ja, ja, ist einfach. Keine Meinung, warum meine Maus in der Bisschen zu fliegt, aber wie ist es auch? So, ich auch. So, Turmschring, na gut, ciao, Mac. Oh, ich bin total schön. Ich habe auch Glückstuhl. Ui, ein Bauchklatscher des Jahrhunderts. Ja, ich habe einen Brustklatscher, aber gut, ich habe ja auch. Ja, ja. Heißt die Wand an. Ach, du grünen Meister. Das war aber gar nichts. Ich habe einen richtig hatten Bauchklatscher gemacht. Damn. Alles, was mit Wasser schwimmen und springen hat es ja an die Etterborn-Kreuz. Wie ein Mann. Der war gut, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Ich kann das so schlecht einschätzen. Aber die freut sich. Wenn die sich freut, ist gut. Sieben und acht. Was? Sie haben blindes Huhn. Es fällt auf, meins Wasser. Oder wie heißt das? Ja. Jetzt muss ich aber durch. Jetzt muss ich richtig reinhauen. Musst du groß oder was? Ja. Oh, nee. Wie macht denn die auf? Das gibt es ja nicht. Wieso klappt denn das heute nicht? Ey, Paui, ich kann es jetzt mal aufhören. Was? Ich kann das drohen. Ich will, dass du wieder deine Bauchplatscher machst. Frizi, wagst dich nicht zu überholen. Der Schiffsturm ist real. Das muss ich aber mal richtig groß hier. Oh, oh, nicht schlecht. Freu dich. Freu dich. Oh, oh, Medaille. Medaille. Da sind wir schon mal wieder auf Kurs. Na, der war gut. Oh, 90. Uta muss los. Faut aber rein hier, ey. Oh, guck dann. Oh, ist das einfach zu spät. Ich glaube, da ist ein bisschen Schäden aufgeplatzt. Ach, nee, doch, ich ging noch. Ich ging noch. Ich weiß nicht, ich weiß das. Ja, ich weiß ja, komm. Ihr seid so schlecht häufig. Unglaublich verkehrte Welt hier, ey. Unglaublich. 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 Sehr gut, komm, aber wenigstens Medaille. Oh, 77. Oh. Also ich muss jetzt nur vor dir sein, beim, egal welche Platzierung, Hauptsache, ah, nee. Nee, doch, ich habe es mal Gold. Bei Punkten, nee, nee, bei Punkte sind doch entscheidend, oder? Und dann, wer, 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 wer. Wer, 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 wer. Alter, welche Künfe waren das noch? Mit links hochziehen und mit, äh, R, T schießen. Nein, nein. Rechts hochziehen und, äh, RB schießen. es ist vertreten live time in this sport was will der fräsi hier überhaupt ist geblieben davon ich habe 49 also ich muss dazu sagen ich habe jetzt seit viel kommen für konsole gespielt ich hab's wieder drauf kommt nicht nur von meiner ja ich hab's gesehen so interessant aus so ein scheiß aus mir nicht in die hand ich will durchdressen da machen wir mal schnell das wäre geil jetzt werde ich noch gold nach hause ja jetzt hier aber vorhin glaube ich kann ja gold baby dankeschön fürs zuschauen schau bei den anderen vorbei bis dahin